hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen folge hi on live und in der letzten folge haben wir oben eine kiste entdeckt ich habe keine ahnung wie ich da so weit hoch kommen soll vielleicht hier irgendwie das höhe ich muss hoch hinaus ist eigentlich nicht so schwer ich gehe mal hier um ich komme ich von der seite irgendwie das war der eingang zu dem neuen gebiet ich nur ein jetpack hinkommen konnte das ist einfach zu hoch ich trottel muss ich erst hier rüber hier sieht es auch nicht so aus als komme ich da so weit hoch ich glaube hier hoch komme ich gar nicht muss ich ja hier jetzt rechts gehen kann ich jetzt hochfliegen sicher hier auf dem berg ist nur eine grüne kiste grüne ist eigentlich nicht so schwer zu erreichen ich versuche mal ich versuche mal ich versuche mal jetzt ich der war schon in dem dritten gebiet ach bärchen, wo warst du nur? ach ich kann mich hinbiegen zum menschenparodies tiefer dschungel war der anfang, ja das muss hier irgendwo gewesen sein der war unter so einer komischen brücke da bin ich vorhin lang gegangen, da war es nicht hier war es auch nicht da oben war ich, da ist der boss gewesen du kennst was das ist eine black friday sale? oder 3-4$? was das ist? da war es ein discount auf diese warbases oder was das ist? das ist schon nervig Oh, which platoon am I in? Dick. Fuck! Let's use my globshot! You're a real tramp trader. We're up! Okay, so kriege ich die zwei Dinger schon. Ich glaube, ich muss gleich mal in meine Folge reingucken, wo ich beim Bär da eingekauft habe. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich gehe mal da rüber, da bin ich sicher. Da sind diese viele auch am Haufen. Da kann ich auch entlang rennen. Gehen wir mal hier lang. Damals hatte ich die Schuhe, glaube ich, noch nicht, als ich das erste Mal gesagt habe. Ah, so kommt man zu der, Kirsten. Jawohl. Gehen wir durch die Kiste schon mal. Wo ist der kleine Stinker? Da bin ich auch mal lang gegangen. Da bin ich auch mal lang gegangen. Verdammt, ich kann mich hier nicht drauf stellen. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier hin. Ich renne einfach durch. Scheiße auf die. Da bin ich hier hin. Da bin ich hier hin. Da bin ich hier hin. Ich weiß nicht, dass du nicht weitest borstst. Hier bin ich hier hin. Ich bin hier hin. Da bin ich hier hin. Ich bin hier hin. D Kerzen. Ready to go! Yeah, fuck it! Let's move on! Let's just go! Fuck! I don't want to die like this! Or-or-or-or at all! Screw the lamps. Look who's here! Okay, hoch komme ich nicht. Ach, in den Kreis geht er auf den Wahnsinn, ne? Äh... They're gonna run out of Warp-Bases at some point, right? Okay, they go to Toys! Is there a success if I to shop many pieces in the Confederacy Report? der Warface budget must be astronomical Schießt nicht auf mich Stop with the bullet jargon start with the bullet jogging we're gonna Look I like you I Hey, where'd you go? Fuck yeah! Den hier kriegt man irgendwie nicht. Ich muss es eigentlich direkt hier irgendwo sein. Die Folge suche ich noch und wenn ich ihn nett finde, gucke ich mir meine Folgen an. Ich glaube, die heißt nämlich so, dass ich den gefunden habe. What's up again? What's up? Hier sieht's doch so aus. Ach nee, das ist dieser komische Berg hier. Ich weiß, wo ich bin. Wer hier sendet. Ey, ich gebe jetzt ein bei Google Bier im Wald. Einen Moment, ich muss jetzt gucken, das regt mich auf, dass ich den nicht finde. Ich muss mal kurz das Mikro zur Seite drehen. Hey, ich gebe das mal. Das war's. 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 Das war's.